Welche Arten von Trauer gibt es? Ja, herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Fragen zum Thema Trauer. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de. Eine Frage, die mir gestellt wurde, welche Arten der Trauer gibt es? Da muss ich jetzt selbst nochmal nachdenken. Man könnte sagen, es gibt die kleine Trauer und die mittelgroße Trauer und die große Trauer. Man könnte auch sagen, es gibt die Trauer zum Beispiel um einen geliebten Menschen, der gestorben ist. Man würde so sagen, es ist eine Trauer des endgültigen Abschiedes, wenn jemand ums Leben kommt. Man würde sagen, das ist vielleicht die eigentliche Trauer. Als zweites gibt es aber auch eine Trauer, wenn du einen geliebten Menschen verlierst, auch ohne dass er stirbt. Zum Beispiel, angenommen, ein Kind verlässt das Elternhaus, dann werden die Eltern oft trauern und gehen auch in einen Trauerprozess hinein. Oder, angenommen, ein Paar trennt sich, auch das ist dann eine Art Trauerprozess, die entsteht. Oder, wenn ein lieber Kollege geht, dann kannst du in eine Art Trauerprozess gehen. Ich bin ja Leiter einer spirituellen Gemeinschaft bei Yoga Vidya und wir sind sehr eng zusammen. Wir praktizieren Yoga zusammen, wir verbringen manchmal die Freizeit zusammen, wir essen manchmal zusammen, wir wirken zusammen und es gibt eine enge emotionale Verbindung. Und wenn dann einer der sogenannten Sevakas, Gemeinschaftsmitglieder, die Gemeinschaft verlässt, weil er vielleicht ein anderes Leben führen will, vielleicht wieder ein normales Berufsleben führen will oder vielleicht die Liebe seines Lebens gefunden hat und die beiden nicht meinen, bei Yoga Vidya bleiben zu können, wenn das ein engerer ist, dann merke ich immer, ich gerate auch in eine Art Trauer. Und das geschieht einfach, selbst wenn ich vom Herzen her finde, ja, das ist für ihn oder sie gut und ich wünsche ihm oder ihr alles Gute und Strahlen. Aber trotzdem, ich merke, die nächsten Tage ist irgendwo eine Leere in mir, manchmal die Hoffnung, er oder sie kommt wieder zurück, also letztlich auch die Phase des Leugnens und dann irgendwie chaotische Emotionen. Und warum ist er jetzt gegangen, sollte doch hier bleiben, hier ist der beste Ort für das spirituelle Wachstum und dann brauche ich ein paar Tage meine Ruhe und nachher wertschätze ich, was er oder sie alles geleistet hat, gemacht hat, in der spirituellen Gemeinschaft beigetragen hat, vielleicht mir beigetragen hat und dann ist wieder der nächste Schritt, eben das Öffnen wieder für das Nächste. Ich bin da nicht ganz ansprechbar und viele im Haus würden gar nicht merken, dass ich in einem Trauerprozess bin, weil ich eben die normalen Aufgaben auch erledige. Aber das ist eben ein Beispiel, Menschen treten aus deinem Leben heraus, ohne zu sterben. Eine dritte Möglichkeit, eine dritte Art von Trauer ist um Lebensumstände oder Situationen, also was nicht direkt einen Menschen betrifft. Zum Beispiel, wenn du umziehst, selbst wenn du in deinem alten Ort jetzt nicht so viele Menschen hattest, mit denen du eng zusammen warst, wenn du woanders hinziehst, gibt es zwar die Aufregung des Großartigen über das Neue und oft überwiegt das, manchmal ist aber auch irgendwo ein Trauerprozess, weil die Wohnung, die du hinter dir gelassen hast, dein Lieblingsbaum oder die schöne Aussicht und so weiter. Oder auch, wenn du den Arbeitsplatz verlierst, dann mag du nicht trauern um einen konkreten Menschen, obgleich das auch geben kann, aber eben der alte Arbeitsplatz. In diesem Sinne könnte man sagen, welche Arten von Trauer es gibt. Wir können sagen, Trauer wegen des Todes eines Menschen. Zweitens Trauer wegen des Verlustes eines Menschen, ohne dass er gestorben ist. Und als drittes Trauer wegen dem Verlust von einer Lebenssituation oder auch einem Besitz. Jetzt könnte man noch weiter überlegen. Man könnte sagen, welche Arten von Trauer gibt es. Man könnte sagen, angemessene Trauer. Man könnte sagen, übertriebene Trauer. Es gibt introvertierte Trauer. Es gibt externalisierte Trauer, laute Trauer, leise Trauer. Und so könntest du noch viel überlegen, welche Arten von Trauer es gibt. Und vielleicht magst du ja auch etwas schreiben zu den Kommentaren. Was würdest du sagen? Welche Arten von Trauer gibt es?